Das finde ich eben auch so schön, bei dir so zu sehen. Da ist Feminismus ganz klar da, aber eben auf eine gesunde Weise. Vielleicht nochmal für dich auch als jemand, der da in meinen Augen sehr bewusst und sensibel darüber ist. Was machen viele Frauen, die den Feminismus pushen wollen, vielleicht falsch? Oder was würdest du sagen, machst du richtig? Also wo sind hier vielleicht noch Missverständnisse im Raum? Also es gibt kein Falsch da richtig im Feminismus. Bei Feminismus heißt eigentlich nur, du bist für Gleichberechtigung. Ich glaube, natürlich gibt es dieses alte Bild vom Feminismus. Kurze Haare, nicht sexy, sehr buschikos rumlaufen, kein Mann dich nicht von einem Mann einladen lassen, keine Tür aufhalten lassen von einem Mann. Das hat alles nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Gleichberechtigung für mich zumindest fängt dann an, wenn man gleich betrachtet wird, gleich bewertet wird, aber auch nach den Stärken her. Also zum Beispiel gibt es ja bei der Olympiade gibt es unterschiedliche Kategorien für Männer, so wie Frauen, weil man einfach sagt, okay, was ist die Körperstruktur, wie weit kann eine Frau werfen, wie weit kann ein Mann werfen. Das heißt nicht, dass die Frau besser oder schlechter wirft. Das heißt einfach nur von der Physik einer klassischen Frau ist nun mal das und das möglich und bei einem Mann das und das. Und ich finde Gleichberechtigung, gerade Feminismus geht auch natürlich sehr, sehr stark auf die Paygap. Warum verdienen Frauen weniger, obwohl sie genauso, wenn nicht, sogar mehr qualifiziert sind für einen Job als ein Mann? Warum kriegen Männer eine Gehaltserhöhung, wenn es heißt, ich kriege ein Kind und eine Frau wird eher gekündigt, weil man sagt, naja, jetzt musst du aber in Mutterschutz gehen. Warum ist es normal anzusehen, wenn ein Mann auf Geschäftsreise geht und keiner fragt, und was machen deine Kinder, wohingegen eine Frau sich rechtfertigen muss, warum sie ihre Kinder allein zu Hause lässt? Das ist für mich Feminismus und hat nichts damit zu tun, wie man sich jetzt benimmt, aussieht oder ähnliches. Und ich finde, da ist es ein großes Thema, nämlich zu sagen, du kannst, also ich habe immer gesagt, Feminismus hört nicht bei nackter Haut auf. Und das habe ich oft das Gefühl, das ist so das Einzige, was ich vielleicht als falsch erkennen würde, weil mir das halt auch widerfahren ist, dass halt viele Frauen, die sich als Feministinnen zeigen, auch Frauennetzwerke haben, mich da sehr, sehr verurteilt haben für, wo ich gesagt habe, wenn ich mich so präsentieren möchte, das schadet dir nicht, das schadet mir auch eigentlich oder sollte mir zumindest nicht schaden. Aber es ist doch meine Entscheidung und damit bin ich doch keine bessere oder schlechtere Feministin. Und wenn ich dafür einstehen will, dass das für mich ein wichtiges Thema ist, dann solltest du mich doch das machen lassen. Und wenn ich dadurch mehr Reichweite generiere und noch mehr Frauen oder Männer sogar auch auf das Thema aufmerksam machen kann, dann ist das doch eigentlich eher ein Geschenk. Ja, ich habe da wirklich auch sehr so an das, was du am Anfang gesagt hast, an diesen toxischen Feminismus gedacht, wo ich das Gefühl habe, da ist so viel Widerstand dabei, dass es vielleicht sogar eher was Kontraproduktives auslöst. Was ich auch sehr spannend finde übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst wie ich, vielleicht sind wir da auch gar nicht gleicher Meinung, aber ich sehe ja schon so, dass sich etwas verändert. Also das Frauenbild im Allgemeinen so in den letzten 30 Jahren, das hat sich so krass verändert. Also Frauen kriegen viel weniger Kinder, viel später Kinder. Frauen sind auch nicht mehr so, dass sie sagen, hey, ich will einen Ehemann und heiraten mit 20. Also viel mehr Frauen machen Karriere, aber trotzdem gibt es ja noch so diese genetischen Voraussetzungen. Also zum Beispiel diesen Character Trait, Agreeableness, der auch zum Teil eben nicht nur aus der Nurture kommt, sondern auch aus der Nature, weil Frauen ja eben auch, sage ich jetzt mal, vor allem in der Erziehung der Kinder eine grössere Rolle spielen und deswegen auch nicht zu non-agreeable sein dürfen, weil sie sonst eben ihre Kinder ja auch nicht so nett behandeln würden vielleicht. Deswegen sehe ich da immer noch so, ich sehe da immer noch so eine Art, ich weiß nicht, wo es hingeht natürlich, aber ich habe das Gefühl, so Geschlecht ist ja eh eine Rolle, die man spielt. Also im Sinne von, wir haben diese zwei biologischen verschiedenen Körper, aber was wir daraus machen, ist ja immer noch so irgendwie antrainiert zu einem gewissen Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass es so ist, dass diese Rolle Mann mittlerweile von Frauen viel besser, also Frauen schaffen es mittlerweile viel besser, diese männlichen Traits zu übernehmen und das macht vielen Männern Kopfschmerzen. Also die fühlen sich irgendwie so ein bisschen so, scheiße, was passiert hier gerade? So fühlt es sich für mich ein bisschen an. Wenn ein Mann Angst vor mir hat, dann let's go, text me and let's talk about it. Nein, also ich glaube schon, also was du gerade gesagt hast mit männlichen Traits, ich glaube, es ist kein männlicher Traits und ich glaube, da muss einfach ein anderes wording. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, die bei Männern eher zugelassen wird, wohingegen bei Frauen das unterdrückt wird, gerade in der Kindheit und im Kindergarten. Bei einem Mann ist es okay, wenn er sich im Kindergarten schlägt, bei einem Mädchen wird gesagt, das macht man als junge Frau nicht oder als Mädchen. Bei einem Mann wird eher gesagt, du bist doch ein starker Junge, du musst doch jetzt nicht weinen. Bei einer Frau ist es auch, komm her, meine Kleine. Also es heißt zum Beispiel, diese weiche Seite, die gerade immer mehr bei Männern auch zugelassen wird, finde ich unglaublich schön. Ich finde zum Beispiel einen Mann, der weinen kann und der auch zu seinen Gefühlen stehen kann, unglaublich stark. Ich finde zu Gefühlen stehen generell ist eigentlich mit eines der härtesten Dinge. Ich finde gerade dieses weibliche Stolz zu sein und auch sein Produkt verkaufen zu können, ist ein großes Asset, ein großer Gewinn eigentlich auch für unsere Gesellschaft, weil viele Innovationen, viele Ideen zum Beispiel gründen Frauen sozialer und nachhaltiger und ethisch nachhaltiger, was natürlich auch, glaube ich, ursprünglich daherkommt, dass wir immer mehr nach unserem Nachwuchs achten und auch viel mehr an die kommenden Generationen denken, weil wir diesen Mutterinstinkt haben. Daher weiß ich, was du meinst. Ich glaube schon, dass da gerade Wandel passiert. Ich finde es unglaublich toll, dass Frauen viel, viel mehr die Wahl haben, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Frauen, die sagen, du, eigentlich will ich gar keine Kinder, wo ich denke, geil, dann krieg keins, weil das ist ein Kind weniger, was sich auf dieser Welt vielleicht ungeliebt fühlt, weil es halt nur da ist, um die Beziehung zu retten oder nur da ist, weil es gesellschaftlich dazugehört. Genau so wie dieses, mein Haus, meine Frau, meine Kinder, ich hatte jetzt gerade erst am Wochenende ein Pärchen kennengelernt, da hat sie ihm den Antrag gemacht. Und das war, ich war erst mal so, Moment, was? Du hast ihm den Antrag gemacht? Warum das denn schrecklich? Und habe dann so drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich geil, warum können Frauen nicht Männer einen Antrag machen? Weil ich sie auch direkt gefragt hatte, wie sieht dein Ring aus? Und dann hielt er so die Hand hin und meinte, ja, guck mal, das ist mein Verlobungsring, sie hat mir den Antrag gemacht. Und er ist Geschäftsführer von einem sehr, sehr großen Unternehmen und ich fand das so cool. Ich will trotzdem den Antrag gemacht bekommen und bin da wahrscheinlich total antifeministisch, aber fand es halt super schön, dass es sowas auch gibt und dass diese Stereotypen so aufgebrochen werden können. Und das ist doch eigentlich gerade das Schöne, in diesem Wandel zu betrachten. Und ich glaube schon, auch immer dieses Mammut, also eigentlich, wenn man so an unsere Neandertaler-Zeiten zurückdenkt, ich glaube, dass da sehr, sehr viel noch auf unser heutiges Leben umzumünzen ist. Der Mann geht raus, muss jagen, zum Beispiel suchen Männer sich, wenn sie gründen, direkt ein Team. Wohin gehen Frauen eher alleine gründen und erst mal versuchen, so viel wie möglich allein zu schaffen. Weil früher musste man das Mammut zu sechs erlegen, weil alleine hast du es nicht geschafft. Frauen, du konntest alleine Bären sammeln und wenn noch eine andere an deinem Gebüsch gehockt hat, dann hast du weniger Bären für deine Familie gehabt. Das heißt, du hast versucht, von deinem Gebüsch wegzulocken. Das heißt, so Sachen merkt man auch noch gerade sehr, sehr stark in der Gründerszene. Und das ist super, super spannend zu sehen, dass halt Frauen auch dadurch viel, viel weniger und schlechter auch netzwerken, weil sie eben allein an ihrem Gebüsch hocken wollen, denken, da ist nicht genug für alle da. Wohingegen halt Männer sagen, naja, das Mammut kann ich eh nicht allein essen und allein kriege ich es eh nicht. Deswegen arbeiten wir halt im Team. Und das merkt man heute nach wie vor, dass halt Männer zum Beispiel auch viel, viel besser sind, ins Gespräch zu kommen miteinander. Ja, das ist ein guter Punkt. Zu der nächsten Frage noch mal so ein Vorkommentar, weil das, was du vorhin gesagt hast, mit Männern weinen und mit ihren Gefühlen umgehen. Da habe ich auch sehr interessante Studien dazu gelesen, die bewiesen haben mittlerweile, dass Frauen, also Mütter, anders mit ihren Töchtern sind als mit ihren Söhnen. Das heisst, Mütter teilen viel mehr emotionale Sachen auch schon sehr früh mit ihren Töchtern. Und der Sohn wird da automatisch ganz anders erzogen. Und auch wenn das gar nicht mal so explizit passiert, ist es einfach so eine Art Connection. Und ich glaube, dass es deswegen schon auch wichtig ist, also das ist so das, was ich sagen kann als Mann, es ist wichtig, hier einen gesunden Mittelweg zu finden, so zwischen diesem, hey, ich bin emotional, ich kann mich ausdrücken, aber eben auch nicht zu diesem Extrem neigen, dass ich jetzt irgendwie durch emotionalen Exhibitionismus betreiben muss, um irgendwie hier etwas zu beweisen. Und das sehe ich jetzt aktuell schon so als die grösste Herausforderung für Männer in der aktuellen Zeit, weil sich eben so viel verändert. Frauen auch immer, sage ich jetzt mal, selbstbewusster werden und immer mehr eben auch verstehen, dass sie einfach bessere Social Skills haben als Männer beispielsweise. Das muss man halt einfach sagen. Soft Skills vor allem. Soft Skills, genau. Und vielleicht, um den Bogen zu dir zu werfen zurück, den Ball. Was ist deiner Meinung nach denn die grösste Herausforderung als Frau, jetzt mal als allgemein in der heutigen Gesellschaft? Ja. Ja.